Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. Schneller! Ich habe einen Termin. Also, wohin? St. Michaels Church. Ohne Umweg. Vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Der Lärm macht einen doch verrückt. Das ist viel besser. Zur Kirche also? Ist schon Sonntag? Augen auf die Straße, bitte. Ich fahre immer an. Soll es nur die Straße, wenn es die Straße gibt, Halten Sie hier an, beim Park. Hier bitte, St. Michael's. Das macht 30 Cent. Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Klar, wie Sie meinen. Diese Italiener sind alle gleich. Kann nicht ohne Radio fahren. Die hat Nerven.